hallo meine lieben ich begrüße euch recht herzlich bei holst und tv und starfield starborn so herzlich willkommen bei starfield wie ist europa mal gesagt wir sind ein stern blut und das ist unser schiff das wird schön sein das ist die schmackssache habe ich eine mannschaft habe ich keine wo fliegt denn jetzt ich muss ja ich muss ja ja natürlich da muss ich ja wir fangen ja wir fangen ja komplett neu an und dann müssen wir natürlich auch erst mal zur loge kommen also es ist natürlich geschmackssache aber das schiff das schiff wird ja 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 dann waren wir ja hier auch noch nicht der rest liegt jetzt auf dem felsen oder was ich stehe einfach mal so auf ich will ja ich muss ja wissen was ja ich muss ja wissen was hier los ist das ist wie ein kino oder kommst du an der seite runter und dann was sind ja jetzt bin ich hier oben ich bin hier oben ich wollte eigentlich so okay das ist natürlich nicht schlecht aber als als er praktisch waren nach der mensch würde ich mir doch mehr gefallen wenn ich auch meine tür finden würde ausgehen doch da guckt doch da ist doch die öffnen was das denn entdeckt ach was war mich ja nicht stimmt ja das ist ja ich weiß nicht schreibt bitte mal die kommentare was ihr davon haltet von dem komischen ding ja jungs tut mir leid der rest ist auf dem berg da guck mal wahrscheinlich doch nicht in der luft schönes vorwartung und wir brauchen uns nachher wieder was schönes wie viel geld aber ich habe ich den überhaupt geld interessiert mich natürlich auch für ist ja nicht allzu viel und ich war froh dass die straßenland davon und sonst ist ja das ist schon komisch wenn man schon mal alles aber der hauptstrang war durchgespielt dadurch damit und jetzt geht's von voraus ich freue mich riesig später tony zu sehen was hat dieser ich muss auch was trinken ich muss auch was trinken bürger fahre das kopf noch immer den koloniekrieg auswechten was braun ist das denn dahin so und er denkt ständig der strom aus das meist hat endlich jemanden geschickt aber es hat nicht geholfen immer freundlich das ist die uc ja gut an die christ kann ich mich noch erinnern aber so ein bisschen knifflig erstmal das alles zu finden erstmal brauche ich ich habe keine waffen kein gar nichts keine waffen kein nichts mimimi mimimi